Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Sonnepart von Binding of Isaac. Ich bin gerade mit Judas in der Kathedrale und habe voll die guten Items. Wir können fliegen, haben vollen Damage, volle Tears und volle Range. Wir können auch noch fliegen und haben sogar noch den Wafer. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt Isaac locker besiegen und dann in die Kiste kommen. Jetzt gibt es auch noch das zweite Leben. Das ist einfach geil. Schauen wir mal, wo Isaac sich aufhört. Ah, ein Lehrer, um das auch mal nicht. Ja, dafür dann so einer. Ja, interessant. Maxl ist off-lenke gegangen, toll. Oh, ich bin gerade echt überfordert. Warum fliegen die in zwei verschiedene Richtungen? Ich will es hier nicht so verkacken. Ich habe nur noch zwei Herzen. Leute, das geht doch nicht. Mensch. Och, nervt mich doch nicht. Maxi nervt schon wieder. Ah, wie immer. Bin Dungeon Defenders. So. Boah. Ihr. Ich hasse euch. Alter, ich bin gerade im Endeffekt. Ich gehe nicht durch, weil... Ist ja nicht sicher, dass Isaac hier ist. So. Nee. Geh doch endlich sterben. Du hast doch keine Lebensleiste mehr. Ja. Ah. Chariot. Für den nächsten Raum. So. 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 Tot. Wunderbar. Die Empress Card nämlich für Isaac. Und da ist er auch. Das ist gut. Richtig geraten. Scheiße. Ich wurde auch noch erwischt. Aber ich nehme sie jetzt nicht gleich. Ich werde eh einmal sterben, glaube ich. Ich habe jetzt... Ich töte mich jetzt. Ich setze jetzt nichts ein von all dem. Weil ich es eh nicht schaffen werde. Und dann habe ich das Buch drin ist noch. Oh, das haben wir auch noch. Genau. Das Polaroid und den. Schön. Nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Ohne Buch. Haha. Nee. Wird nichts. Okay. Macht nichts. Das war ja geplant. Gewissermaßen. Und jetzt geht es los. Aber erst. Erst Buch. Und die Karte. So. Und jetzt. Komm nochmal her. Isaac. Ich bleibe stehen. Und das geht gerade relativ gut hier. Geil, der wird mich jetzt nicht zwölfmal treffen. Zweimal in der ersten Phase, ja. Komme ich schon relativ ganz gut durch, glaube ich. Perfekt. Perfekt. Da wird wieder ein Hit. Da wieder einer. Und jetzt kommen seine scheiß Engel. Einfach jetzt im Kreis bewegen und angreifen. Komm. Geh sterben. Er ist tot. Er ist tot. Noch ein Engel. Da ist ein Herz. Und da haben wir auch noch eins liegen. Hör auf, mich zu nerven. Gehen in die Kiste. So. Was haben wir hier drin? Uh. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Soll ich Polyphemus mitnehmen? Ne. Dann ist die Schussgeschwindigkeit auf ganz niedrig. Ne, das lass ich. Also wenn das nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Scheiße. Und aus dem Weg. Ja, man muss nur das Muster kennen. Langsam kenne ich das auch von dem. Noch eine Kiste. Uh. Harlequin, baby. Das ist toll. Noch mehr Damage. Und noch mehr Er. Das ist süß. Hör auf mit der Mistattacke. Kann ich dich doch gar nicht treffen. Willst du mich nerven? Glaubst langsam schon. So. Aber auch nur ein Hit. Speed und Range. Und Monstros, Monstro 2. Unsere 2 ist so schrecklich. Vor allem mit Doppelform. Kann man gar nicht gescheit auf den aufpassen. Buch. Wofür habe ich denn das Buch? Komm. Und dann hüpfen. Boah. Alter. Verdammt. Muss mal aufpassen. Einer ist down. Einer ist down. Einer ist down. Es wird alles leicht. Wenn ich dauerhüpfen würde. Schieß. Hör auf zu hüpfen. So. Geschafft. Und da war Essek nicht. Warum habe ich das davor eigentlich nicht gesehen? Ja. Du mich auch. Doppel. Ähm. Super rough. Doppel Super Bomber Man. Toll. Auch wenn es bis jetzt ganz gut läuft. Danke. In den Geheimraum. Da wollte ich hin. Puh. Puh. Da schießen sie wieder zwei Bomben. Gut ist, dass die denen auch wehtun wenigstens. So kann ich sie vielleicht ein bisschen auf sie locken. Ah. Und geschafft. Mr. Mega. Und noch ein. Greed. Nein danke. Und gehe ich da überhaupt rein? Dann. Puh. Das könnte noch eng werden. Ich hoffe mal es wird noch was. Okay. Das ist ja eigentlich kein so schwerer Raum. Komm. Einer frisst die Bombe jetzt. Scheiße. Der Hit war doof. So. Der eine ist schon down. Uh. Du bitte auch mal. Danke. Und was haben wir hier? Schlechte Items. Uh. Scheiße. Ja. Mach mich nur langsamer. Da habe ich nichts dagegen. Ja. Flieg nur außerhalb vom Raum, dass ich dich nicht töten kann. Finde ich nett. Ja. Das gibt's ja nicht. Ist das dein Ernst? Scheiße. Ja und jetzt? Willst du mich verarschen? Spiel. Willst du mich verarschen? Da habe ich ihn kurz erwischt. Warum? Warum passiert mir immer so eine Scheiße? Kann ich nicht aus dem Raum raus? Und ich kann den nicht treffen. Nur so kurz immer. Er geht immer weiter raus. Wenn ich ihn treffe. Toll. Geh doch sterben. Ich kann nichts machen. Ich komme auch nicht mehr raus hier. Ich komme hier nicht mehr. Alter. Scheiß. Spiel. Ganz im Ernst. Was soll denn der Scheiß? Warum passiert mir immer so ein Mist? Jetzt komme ich da nicht mit. Ah toll. Ja komm, töte mich. Das ist doch echt scheiße. Ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin. Toller Bug. Bug. Ein wirklich toller Bug. Nein, du tödest mich nicht. Ich töte mich selber. Fuck you, Spiel. Naja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.